Schaut, der Kran und der Bagger arbeiten auf einer Baustelle. Der Bagger stellt die Wände auf. Und der Kran arbeitet am Dach. Da sind vier kleine Autos. Sie bringen Bauteile zur Baustelle. Schneller, kleine Autos! Sie sind angekommen. Aha, das gibt eine Garage für die kleinen Autos. Das rote und das grüne Auto haben Tore gebracht. Suspense Fans Sprech 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 Die Garage ist fast fertig, aber ein Tor fehlt noch. Kannst du dem grünen Auto helfen, das grüne Tor zu finden? Ja, das ist das grüne Tor. Richtig. Die Garage ist fertig. Danke Kran und Bagger. Los Autos, rein mit euch.